Du hast nicht ein richtig geglaubt, du hast gedacht, dass ich verkannt habe, du wirst dir das nicht. Wo sie bin? Weil er ist nicht so richtig, ich mag, dass es hier vorne ist. Das hast du gedacht, das ist das, was du gedacht hast. Ja, aber warum habe ich das gedacht? Das weiß ich nicht. Ja, weiß ich. Aber Leute, du hast nicht ein richtig geglaubt. Ich habe es dir bewiesen, ich bin es dir und wer weiß, ich bin es mir selbst, ich bin es euch und wer weiß. Du hast es so lange, ich verschreibe es rückwärts, ich gehe nicht, bis jetzt waren sieben Prozent. Irgendwann eben hier, aber das ist richtig, und die Details sind wieder da, das macht Spaß zuzuschauen. Bodybuilding ist geil. Hier auf dem Wettkampfzimmer. Kommt, wir können das nach Burschel. Da, und weg, und zu dir. Buh. 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 Der Kontroll ist eigentlich selbst hinterher, denn der Karten ist immer raus. Vielen. Schön. 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 Die beiden sind super super super, die beiden auch. Das ist immer so cool. Hier, wenn du auf der Bühne stehst, die ganze Zeit. Du kostest die beiden, du kostest die beiden. Schön. 2,30 Jahre her. Komm, ich ziehe dir auch. Komm, er war mir. Prima, prima, prima. Ich sehe die beiden jetzt hier. Alles sieht doch gut aus. Total witzig. Schönste. Also, jetzt gebe ich dir noch einen Tipp mit, Du hast ja sehr wenig Körper zu ziehen. Du bist wieder raus, hier. Nein, hier ist es auch Bekanbord, weil es dort ist es. Oh, ich werde wischen. Ich atme, Alter. Nein, 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 nein. Das ist hier durch die Stücke. Sehr geil. Das ist ein Feuze, oder? Beuze? Spannst du hier so richtig gut, wenn du in der Runde steigen willst. Die beiden spannst du durch. Ja, genau so. Das war richtig gut. Er war da vorne. Boah. Ja, richtig gut. Der braucht gar nicht. Das war doch geil. Ganz so viele Kommen. Ja.